ja gut er leid der bolo hier es ist mal wieder zeit für neues update das letzte video ist auch halt wieder zweieinhalb wochen her und so befeuert einer kind und lamentiert wer hochkant filmt hat die kontrolle über sein leben verloren da dem kann ich noch sorgen sein core dran die kontrolle darüber wieder zu krähen klappt ja weiterhin noch ganz gut schon zwar schon hat gefühlt ein bisschen langsamer wird gefühlt aber wenn man sich gleich die zahlen anguckt dann ist ja gar nicht so aber wichtig ist trotzdem natürlich auch immer im fokus zu bleiben und dran zu bleiben und darum eine bitte an euch immer wenn er mich seht oder meinen kontakt mit mir tretet oder so sprecht mich ruhig drauf an ich brauche diese direkte konfrontation und damit er doch ständig präsent ist und damit ich nicht nachlässig werde und so weiter und ja gut jetzt höre ich erst mal zwei wochen urlaub wird mir die gegend hier mal ein bisschen in der zeit angucken und zwar aus einer für mich zuletzt ja eher ungeboten perspektive nämlich zu fuß und ja ich freue mich drauf und gleich nach der einblendung gibt es dann das obligatorische musik ding noch diesmal ein bisschen mit acapella der eine oder andere schiefe ton ist auch dabei tonbild ist nicht ganz synchron an manchen stellen aber das ist ja im prinzip eh nur beiwerk die hauptsache liegt ja wirklich einfach nur auf der präsentation des abnehmen fortschritts und ja ich wünsche euch viel spaß dabei habt ein schönes wochenende und bis bald all around me are familiar faces worn out places worn out faces bright and early for their daily races going nowhere going nowhere going nowhere going nowhere going nowhere their tears are filling up their glasses no expression no expression no expression hide my head i want to drown my sorrow no tomorrow no tomorrow and i find it kind of funny i find it kind of sad the dreams in which i'm dying are the best i've ever had i find it hard to tell you i find it hard to take when people run in circles it's a very very mad world mad world children waiting for the day they feel good happy birthday happy birthday made to feel the way that every child should sit and listen sit and listen went to school and i was very nervous no one knew me no one knew me hello teacher tell me what's my lesson look right through me look right through me and i find it kind of funny i find it kinda sad the dreams in which i'm dying are the best i've ever had i find it hard to tell you i find it hard to take when people run in circles it's a very very mad world mad world mad world mad world Untertitelung des ZDF, 2020